Hallo, hallo? Baby, komm schnell in die Werkstatt. Lass uns das Färbemittel aus deinem Haar entfernen. Das ist eine fliederfarbene Windel. Baby Sophia entwickelt sich zu einem wunderbaren Baby. Miranda verkauft Gemüse auf dem Markt. Komm schon, frisches Obst und Gemüse. Wie viel kosten die Äpfel? 7 Lali-Dollars, aber ich gebe sie dir für 5. Ich nehme die ganze Kiste mit. Juhu, ein guter Anfang. Schatz, was empfiehlst du? Diese Wassermelone schmeckt wie Honig. Oh, ich mag süße Sachen. Ich nehme sie. Danke für deinen Einkauf. Was für ein Glück wir doch haben. Der Prinz beobachtete die erstaunliche Frau die ganze Zeit. Wie ist dein Name, schöne Frau? Miranda. Und das Baby heißt Sophia. Was für ein nettes kleines Baby. Darf ich dich einladen, mein Schloss zu besuchen? Warum nicht? Wir haben gutes Geld verdient. Jetzt können wir uns entspannen. Nimm den LOL-Ball auseinander. Umwickele ihn mit goldenen Fransen. Und verzehre ihn mit Spitzenrüschen. Mach die Beine. Befestige das Bett. Lasst uns ein Vordach installieren. Und eine süße Schleife auf der Vorderseite. Das luxuriöse Bett wird die Tochter in einen süßen Traum versetzen. Prinz Roland und Miranda haben eine Familie gegründet. Wo sie wimmert und wimmert. Twinkle, Twinkle, Darling. Versuch sie zu beruhigen. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube an dich. Ich habe Kopfschmerzen. Nun, du hast ein tolles Konzert für uns arrangiert. Ich weiß. Dina. Meine Tochter braucht eine Wiege. Okay. Ein neues Modell für die kleine Prinzessin. Das passt nicht zu dem Baby. Wie wäre es mit der hier? Die gefällt mir nicht. Der dritte Versuch. Wir haben die luxuriöseste gefunden. Oh, sie ist wunderschön. Die Eltern bringen ihre Tochter ins Bett. Endlich bekommen sie etwas Ruhe und Frieden. Baby, willst du mit Lali Lou gehen? Lasst uns die Ohren ändern. Mach die Brust und einen Kamm. Färbe die Angel schnurrschwarz. Wir haben Schnurrhaare gemacht. Darf ich vorstellen? Clover. Im königlichen Garten leben viele Tiere. Sophia kam, um die Haustiere zu bewundern. Hey, wie geht es dir? Toll. Willst du Verstecken spielen? Das würde ich gerne. Du versteckst dich zuerst. Die Tiere rannten los, um ein Versteck zu suchen. Ob bereit oder nicht, hier komme ich. Wo verstecken sich alle? Das Kaninchen kam zum Baby. Wollen wir Freunde sein? Ich bin Clover. Das Kaninchen sprang ihr in die Arme. Lass uns auf ein Abenteuer gehen. Lasst uns die Truhe ausleeren. Lasst uns das Holz neu streichen. Baue das Schloss zusammen. Verziere es mit goldenen Monogrammen. Lasst uns das Stück vergolden. Sieh dir all diese Spielsachen an. Das ist ein geräumiger Kofferraum. Sophia, Baby, komm zu mir. Mama, hast du angerufen? Ja, schau mal, was ich gefunden habe. Eine alte Karte. Wie interessant. Das X markiert die Stelle mit dem verborgenen Schatz. Ich werde ihn suchen. Viel Glück, Baby. Sophia ist auf ihrer Reise. Clover, willst du mir Gesellschaft leisten? Ja, ich kenne mich gut mit Karten aus. Was für ein Glück. Lass uns gemeinsam nach dem Schatz suchen. Sie haben überall gesucht. Hier ist es leer. Hier auch. Oh, ich sehe, ich sehe. Da ist eine große Truhe hinter den Büschen. Gut gemacht, Clover. Wow, schauen wir uns das mal an. Oh, sie ist voll mit meinem alten Spielzeug. Das ist wirklich ein Schatz. Cool. Der beste Fund. Komm raus, Puppe. Lass uns dein Gesicht verändern. Bedecke die Kappe mit Acrylfarbe. Das sind tolle Kunsthaarsträhnen. Verwandle sie in echtes Haar. Zerknülle den Stoff. Voila. Das sind Blütenblätter. Lasst uns einen Rock daraus nähen. Dieses Kleid sieht an Sophia wunderschön aus. Sophia ist zu einem charmanten Teenager herangewachsen. Was für ein schöner Garten. Die Vögel sind näher zu ihr geflogen. Ah, gefällt dir meine Stimme? Die Prinzessin ist von 100 Tieren umgeben. Seid ihr alle meine Fans? Wie schön, das ist ja wie bei einem richtigen Konzert. Bravo, Sophia. Bravo, bravo. Was für eine wunderbare Stimme. Die Fans folgen ihr überall hin. Sie hat es wirklich weit gebracht. Lasst uns einen Strassstein fangen. Ich habe eine Halskette. Nimm die Box auseinander. Bedecke den Deckel mit Filz. Das ist ein magisches Amulett. Welche Macht hat es? Mama hat Sophia gerufen. Mama, wolltest du reden? Ja, Schatz, setz dich. Ich möchte dir etwas geben. Es ist etwas sehr Wertvolles. Wow, ein Amulett? Und was kann es? Probier es an, Schatz. Wow, steht mir das? Einfach toll. Damit kannst du Tiere verstehen, dich in eine Meerjungfrau verwandeln und schrumpfen. Wow, das ist unglaublich. Ich bin ein Baby. Verliere es nur nicht. Ich werde dich nicht enttäuschen, Mama. Willkommen bei Lalilu. Ein Gesicht erschien. Oh, ich bin gleich wieder da. Ein wunderschönes Styling. Es ist Zeit, sich zu verändern. Voilà. Ein tolles Kleid. Dekoriere es mit Halbperlen und Perlenstickerei. Auf dem Kopf befindet sich ein Diadem. Sophia, die erste, ist schon ziemlich erwachsen geworden. Mama und Papa haben beschlossen, eine feierliche Kuppelei zu arrangieren. Hör auf, mich zu überreden. Ich mag diese Idee überhaupt nicht. Tochter, schau dir wenigstens ein paar Kandidaten an. Komm rein. Jupsch, Herzschlag, tut weh. Das ist dein Vers. Prinzessin, yo. Oh nein, Mama und Papa sahen sich an. Nö, auf keinen Fall. Der zweite Verlobte. Meine Kontaktlinsen schmelzen bei der Schönheit der Prinzessin. Es dauert also nicht lange, bis man ausgebrannt ist. Der dritte Kandidat ist ein Dämon. Eure Hoheit. Oh, das ist zu viel. Nun, er hat es versucht. Ich halte das alles satt. Ich halte es nicht mehr aus. Das Diadem viel runter. Sophia rannte weg. Und plötzlich... Oh, die Halskette fiel ab. Hey, ich spiele da gerade. Entschuldige, ich wollte nicht stören. Wow, es hat zwischen den beiden gefunkt. Fräulein, würden Sie mir die Ehre geben, mit Ihnen zu gehen? Mit Vergnügen. Wird Sophia die Halskette vergessen? Ein Pferd ist in die Werkstatt gesprungen. Lasst uns die alte Miene entfernen und den Schwalb. Trink den Zaubertrank. Ein Wunder. Zeichne grüne Augen. Male die Hofe an. Umreiße den Sattel. Perfekt. Jetzt geht es an die Details. Das ist geeignet für die Dekoration. Das ist eine rosane, flauschige Mähne. Bürste sie gut ab. Sind das Flügel? Oh je. Kann Minimus fliegen? Oh, mein Amulett. Ich brauche Hilfe, um es zu suchen. Wen soll ich wählen? Esel, du bist nett, aber zu klein. Vielleicht ein Reh? Zu groß? Ein Pferd? Oh, du bist so schüchtern. Prinzessin, ich bin bereit, dir zu helfen. Pegasus, was für ein wundersames Geschöpf. Ich könnte mir kein besseres vorstellen. Beeil dich, wir müssen das Amulett finden. Sie hoben in den Himmel ab. Das sind erstaunliche Landschaften. Wunderschöne Länder. Aber sie können das Amulett nicht sehen. Haha, hier ist es. Das ist ein Pfund. Ich bin reich, ich bin reich. Das ist eine anmutige Brosche. Schneide das Dekor zu. Lege den Stoff hin und mische ihn. Das sind ein paar Rohlinge. Fülle das Kissen mit Holo-Fasern. Das ist eine würdige Präsentation für die Krone. Das ist Schmuck vom Feinsten. Sophia lernt, eine Königin zu sein. Puh, ich muss noch so viel lernen. Ich muss klein anfangen. Ich werde den kurzen Leitfaden, wie man eine Königin wird, lesen. Oh, das ist schwierig. Ich muss meine Haltung korrigieren. Einen Stapel Bücher schleppen? Das ist ja lächerlich. Wow, das ist gar nicht so einfach. Was kommt als nächstes? Die Essensetikette? Wer hat sich diese ganzen Regeln ausgedacht? Sophia, beeil dich. Du kommst zu spät zu deiner Krönung. Oh, alle sind schon da. Ist das meine Krone? Ich erkläre dich, Sophia I. zur neuen Königin. Herzlichen Glückwunsch an die Herrscherin. Sie wird diese langweilige Monarchie völlig umkrempeln. Wählen wir eine Kappe aus. Das Plastikteil wird als Griff dienen. Die Glocken sind geliefert. Lasst sie uns dekorieren. Die Bratpfanne klingelt. Ist das eine Rasse? Beeil dich und lass uns spielen. Flynn setzte sich eine Huggy-Maske auf. Ah, Monster, du hast es so gewollt. Oh, Rapunzel, ich bin's. Tut mir leid, hier hast du es. Jetzt bist du auf der Hut. Wer wird unsere neue Prinzessin sein? Färbe die Haare blond. Die perfekte Länge für Baby Rapunzel. Lasst uns eine neue Sache nähen. Dieses grünäugige Baby ist die Hauptfigur in unserem Märchen. Die kleine Rapunzel wird ein langes und strahlendes Leben haben. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz verstecken. Wo ist sie hin? Ich habe mich gut versteckt. Nicht dort und nicht hier. Rapunzel, ich gebe auf. Oh, wo bist du? Die Kinder gingen in den Sandkasten. Aber die Maus hielt sie davon ab, den Palast zu bauen. Ah, Hilfe, eine riesige Maus. Dummerchen, sie hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Nun, sie ist weggelaufen. Du hast mich gerettet. Ein süßer Blumenstrauß. Bedecke den zukünftigen Turm mit weißer Acrylfarbe. Helle Stufen reihen sich ans Fenster. Dekoriere das Loch mit Glitzermauerwerk. Installiere ein glänzendes Dach. Die Kinder werden von der neuen Unterhaltung begeistert sein. Rapunzel, schau dir die Rutsche an. Wow, lass uns rutschen. Ich zuerst. Ich bin die Nächste. Cool, ich fange dich auf, mach schon. Ich kann nicht, ich stecke fest. Warte, ich entwirre es. Erledigt. Ich gehe es jetzt fangen. Aua. Aua. Sorry. Was für eine tolle Rutsche. Das Pferd galoppierte in die Werkstatt. Lasst uns das Fell wechseln. Forme ein Augenpaar aus Modelliermasse. Falsches Haar verwandelt sich in einen luxuriösen Schweif und eine Mähne. Füge einen bequemen Sattel mit einer Tasche hinzu. Maximus ist der treue Begleiter von Flynn. Verteidige dich, Sir. Ah, sie greifen mit Papieren an. Ein Vergeltungsangriff. Oh, sorry. Oh, oh. Hilfe. Ein Pferd ist hinter mir her. Ich bin an der Wand eingeklemmt. Halt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Karotte. Hilf dir selbst. Der tapfere Junge schaffte es, das Pferd zu zähmen. Rapunzel ist erwachsen geworden. Lasst uns das Baby in einen Glitzertopf verwandeln. Ziehe die Satinärme fest. Kümmern wir uns ums Zubehör. Wo ist mein luxuriöses Haar? Mach dir keine Sorgen, Schatz. Rapunzel sieht toll aus. Im Königreich gibt es einen lauten Jahrmarkt. Die Theken sind voll mit Souvenirs. Wow, so schön. Ich will alles probieren. Lass mich dir helfen. Flynn, kauf es mir, bitte. Ich kann mich doch nirgendwo verstecken. Wir werden alles mitnehmen. Ziehen wir sie alle auf einmal an. Wow, toll. Danke. Jetzt bist du dran. Nicht so schüchtern, Süße. Der Junge ist erwachsen geworden. Musterstoffe, etwas Magie? Das neue Ding ist fertig. Es gibt eine praktische Tasche am Gürtel. Ups, die Schuhe sind abgenutzt. Verwandle sie in hohe Stiefel. Graue Augen. Lass uns die Lippen färben. Flynn ist zu einem wirklich hübschen Mann herangewachsen. Oh, ich bin so aufgeregt. Unser erstes Date mit Rapunzel. Das Picknick muss einfach perfekt werden. Leg die Decke aus. Ich habe mich um die Erfrischungen gekümmert. Nicht gucken. Überraschung. Was für ein schöner Ort. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich glaube, es war in der Tasche. Wo ist es? Laus, Bub Pascal. Rottler, ich fange dich auf. Bitte sehr. Schatz. Du bist so ein Romantiker. Lass uns Himmelslaternen basteln. Wow, goldener Glitzer. Drehe das Werkstück. Die Weihnachtslichter funkeln im Inneren der Laternen. Eine besondere Atmosphäre ist garantiert. Wie schön ist es, nachts den Fluss hinunterzufahren. Schatz, deine Schönheit überstrahlt sogar das Licht der Sterne. Willst du meine Frau werden? Ah, natürlich, ja. Das Paar ist verlobt. Lasst uns Himmelslaternen hochschicken. Das bringt Glück. Das Paar genießt einen magischen Abend. Zeit, sich auf die Hochzeit vorzubereiten. Das Lila-Korsett ist toll geworden. Die Strasssteine glitzern überall. Alle Gäste werden so beeindruckt sein. Es ist endlich Zeit für die Zeremonie. Ist das nicht ein Traum? Ich verspreche, dich immer zu lieben. Wir werden für immer zusammen sein. Ich erkläre euch jetzt zum Mann und Frau. Fertig? Alles klar, alles klar. Wuhu! Flynn und Rapunzel werden bis ans Ende ihrer Tage glücklich sein. Wähle pastellfarbenen Filz. Jedes Baby wird darin eingewickelt. Dekoriere die Umschläge mit Rüschen. Eine bezaubernde Kleine. Nach einer Weile bekam das Paar Kinder. Schatz, was für ein Segen. Papa, halt die Kinder fest. Oh, wie aufregend. Viel Spaß. Ah, was ist passiert? Sie haben nur Hunger. Du musst sie mit der Flasche füttern. Mama und Papa gewöhnen sich daran, junge Eltern zu sein. Eine alte LOL-Puppe fängt ein neues Leben an. Zeichne blaue Augen mit weißen Punkten drauf. Im ganzen Königreich kann man niemanden mit solchen roten Haaren sehen. Das kleine, reiche Mädchen hat sogar luxuriöse Windeln. Dieses Baby hat royales Blut in ihren Venen. Mache einen Umschlag. Ein Streifen Kunstfell macht den Umschlag noch glamouröser. Füge einen Kronenanhänger hinzu. Das Mädchen ist Luxusgewinn, seitdem sie klein ist. Das Baby schläft in ihrer Krippe. Gothel versteckt sich hinter dem Vorhang. Oh, süßes Baby. Du wirst mit mir zusammen leben. Oh, es ist so dunkel. Die Wölfe heulen. Ihh, was ist das für ein Quietschen? Weint sie etwa? Oh, was für ein Gestank. Ist es eine nasse Windel? Nein, ich kündige. Die Waldgeister haben das Baby die ganze Nacht beschützt. Am Morgen ist eine alte Dame im Wald spazieren gegangen. Oh, ein Baby. Wie bist du hier hingekommen? Na, 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 ich nehme dich mit. Du liegst in der Krippe. Und ich werde dir Märchen vorlesen. Verwandle eine alte Puppe in eine Königin. Trage neues Make-up auf. Die Königin hat helle rote Haare. Ein cremefarbenes Kleid bringt ihre Schönheit zum Vorschein. Dekoriere das Kleid mit einem goldenen Band und einem Strasssteinband. Die Königin ist ein gutes Beispiel für alle. Amina und Derek geben ihrer Tochter einen Gute-Nacht-Kuss. Oh, wo ist sie? Unser Baby. Ah, sie ist verschwunden. Die Wiege ist leer. Oh, Gwyneth, Baby, Gwyneth. Schatz, bist du okay? Du musst wieder zur Vernunft kommen. Keine Sorge, wir werden sie finden. Komme, was wolle. Entwerfe ein neues Kleid. Es besteht nicht aus teuren Stoffen, aber es passt wie angegossen. Das Kleid ist abgenutzt und schmutzig. Wo ist meine Schürze? Habe sie gefunden. Ein Stoffstück ist mit Ruß und Stab bedeckt. Überall befinden sich Patches und an den Seiten gibt es ein altes Spitzenband. Um ihre Füße warm zu halten, trägt Gwyneth gestrickte Socken. Wow, es gibt so viele Kuchen. Die kleine Tasche ist festgewunden. Ich werde selbst einen Stab herstellen. Das Mädchen hat die Tasche über ihre Schulter gelegt. Was wird mit ihr passieren? Das Baby ist groß geworden. Sie ist sehr selbstständig und hat keine Angst vor Hausarbeiten. Oh, ich werde Kuchen für Oma backen. Suchen wir mal nach Rezepten. Ja, mische den Teig. Jetzt backen. Es riecht so gut, alles hat geklappt. Eine ganze Tasche voller Leckerbissen. Oma wird so glücklich sein. Oh Oma, möchtest du etwas teilen? Aber dieses Mal teile ich Kuchen, keine Geschichten. Oh, du bist so ein gutes Mädchen. Bleib bei mir, iss. Alles schmeckt besser, wenn man zusammen isst. Und es macht mehr Spaß. Rotes Kunstfell kann als Einsatz verwendet werden. Dekoriere die Krone mit Strasssteinen und einem Perlenfaden. Und eine Perle befindet sich obendrauf. In einem luxuriösen Schloss, das nach der neuesten Mode möbliert ist, lebt ein Kater namens Garfield. Er war der Liebling der Königin und einfach ein super Kater. Aber sobald die Königin ging, wurde Garfield von einem Engel zu einem Dämon. Er ist mit allem durchgekommen. Oh, das ganze Schloss steht auf dem Kopf. Nimm diese Krone und eine Portion der Leckerbissen. Der Kater hat zu viel gegessen und hatte dann keine Energie, wieder Chaos zu machen. Seine Miauheit braucht seinen Schlaf. Welches sollen wir wählen? Das Mädchen liebt es sich Waldgeräusche anzuhören. Ein Baum war besonders magisch. Was ist das Geheimnis? Eine weiße Eule lebt in ihrer Höhle. Der Vogel wusste, dass Gwyneth nett zur Natur ist. Und er gab ihr ein Geschenk. Eine Flöte aus dem Zweig eines magischen Baumes. Oh, ich kann meinen Augen kaum trauen. Sie ist echt. Und das Mädchen spielte sofort eine Melodie. Die Tiere aus dem ganzen Wald haben sich versammelt, um sich die schönen Töne anzuhören. Oh, der Stoff von einer Mütze wird perfekt passen. Wir haben ein neues Kleid entworfen. Es passt gut. Füge hellen Tüll und silbernen Sportstoff hinzu. Füge eine Spitzenschleppe und ein weißes Band hinzu. Auf dem Gürtel glänzen Pörren. Man kann unsere Gwyneth nicht erkennen. Jetzt trägt sie ein wunderschönes Outfit. Das Königreich hat herausgefunden, dass ein rothaariges Mädchen im weit entfernten Wald lebt. Der Vater ist sie sofort suchen gegangen. Oh, das ist meine Tochter. Ich fühle es tief in meinem Herzen. Gwyneth. Papa? Wir sind wieder vereint. Oh, du hast mich gefunden. Lass uns schnell nach Hause gehen. Mama ist krankversorgend. Unsere liebe Gwyneth ist zurückgekommen. Schatz. Oh, wir haben dich überall gesucht. Du bist endlich bei uns. Unser Familienschloss ist dort. Gehen wir. Ich zeige dir alles. Das ist der Kleiderschrank. Wow. Wechseln wir zuerst deine Kleidung. Prinzessinnen sollten sich so kleiden. Hier, das ist schon viel besser. Nimm diese Krone. Sie wartet auf dich. Oh, danke Mama. Stell dir das Bettgestell her. Befestige in jeder Ecke einen Glasspieß. Das werden die Stützen sein. Schneide das Kopfteil und den Bettboden aus. Befestige den oberen Teil des Baldachins auf den Stützen. Male alle Elemente mit goldener Farbe an. Bedecke die Schwämme mit Stoff. Wir haben eine wunderschöne Matratze hergestellt. So ein königliches Bett sieht man nur in guten Träumen. Winnet, das ist dein Schlafzimmer. Wow, wie schön. Magst du es wirklich? Wir haben uns echt Mühe gegeben. Es ist so weich und bequem. Das Mädchen hat gar nicht bemerkt, dass sie eingeschlafen ist. Meine rothaarige Schönheit. Eric, erinnerst du dich daran, wie ich ihr Schlaflieder vorgesungen habe? Besprühe einen alten Spielzeugteller mit Farbspray. Die empfindlichen Ornamente dekorieren die Teekanne, die Tassen und die Teller. Jeder bekommt eine Tasse heißen Tee. Es gibt auch Gabeln, Messer und Löffel. Während des königlichen Abendessens sollte man sich an die Verhaltensregeln halten. Bitte komm zum Tisch, Schatz. Das Mädchen hat ihr ganzes Leben lang im Wald verbracht. Deshalb sind ihr die Regeln nicht bekannt. Das Baby fing an, den Kuchen mit ihren Händen zu essen. Ihre Hoheit, benutzen Sie das Besteck. Ups, okay. Oh, was macht sie da? Ich kann nicht hinschauen. Tut mir leid, ich habe sowas noch nie benutzt. Jetzt wird ihr Papa zeigen, wie man es benutzt, Baby. Es ist schon okay. In Gwyneths Blut stecken royale Manieren. Sie hat schnell gelernt, wie man sich am Tisch benimmt. Die Uhr schlug fünf. Es wird Zeit, Tee zu trinken. Die Prinzessin macht das super. Es ist so schön, Tee mit seiner Familie zu trinken. Die Streifen von bemalten Seiten haben sich so versammelt. Hier gibt es so viele verschiedene Bücher. Verleihe dem Bucheinband eine Form und klebe die Seiten ein. Die Heimbibliothek ist fertig. Schatz, es wird Zeit, dir Manieren beizubringen, damit du dich wie eine wahre Prinzessin benehmen kannst. Fangen wir mit dem Laufen an. Mama, zeigst du mir, wie man das macht? Natürlich. Halte deinen Kopf gerade, dein Kinn oben. Laufe gerade und mit Selbstvertrauen. Jetzt bist du dran, probiere es aus. Das Mädchen lief. Oh, wir müssen noch etwas dran arbeiten. Ich habe es verstanden. Die Bücher werden dir dabei helfen, deinen Rücken gerade zu halten. Hier noch einmal laufen. Perfekt. Du kommst ganz nach deiner Mama. Mein Baby ist eine rechte Dame. confine. Grüß Gott. hö. Grüß Gott. Grüß Gott,vious Empfehlung. axialetically bist,